Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Klavierstunde. Heute spielen wir das Lied Die Glocken von Bandon, auch bekannt unter dem Namen Glockenspiel. Es ist ein französisches Kinderlied, die rechte Hand hat fünf Töne, C, D, E, F, G und die linke Hand begleitet mit einem gleichbleibenden Bass im O, C, G. Los geht's jetzt an die Tasten.